Untertitelung des ZDF, 2020 Dann haben wir auf der 2-Jagd-Roll mit der 661 Stefan Schapenberg, da ist der Sascha eigentlich mit der 661 Stefan Schapenberg. Ja, und ich finde das richtig schön, dass die blauen Jungs einen Herzen haben. Auf dem Vorstand vom H70-Grechtenstedt, Stoas Zupski hat jetzt ehrenhalber auch eine Tasse der blauen Jungs gekriegt. Mit einem Audi A3 geht hier vorbei, an dem super piloten. Und wir jetzt natürlich auch an Stefan Schapenberg vorbei. Die Geräusch hat mit einem Wobelkorps hier einen guten Vordruck rausgefahren. Und Martin Helst ist gerade an der 661 an Stefan Schapenberg. Und jetzt kommt der Angriff. Er ist dreht sich in den Jungs in die Probein. Ich habe versucht ja nicht zu heißen. Das ist ein Angriff, aber nicht. Jetzt auf dem 2. Platz vor Stefan Schapenberg, der Schкраferverein ist Michael Schema und Volker Riefmann. Und jetzt hat man gemeinsam mit dem Szenen aus dem Szenen mit seinem Audiomarkklebstherzieher. Mit großen, schnellen Schritten Hannigo Reuschland. Die letzte Runde der Szenen hat, mit dem letzten Runden heute erkennt man ihn. Dann auch das... Und Stefan Schaafländer... ...dann rein. Jetzt wieder ansteckend... ...auf mit Stefan Schaafländer... ...dann geht es weiter. Jetzt geht es unser Druck durch, Martin... ... der hier mit dem Audi-Aktrins unterwegs ist. ...spült wie Stefan Schaafländer... ... hier wollen wir noch auf 3... ... und Martin Schaafländer... ...kann den Hand an die Uhr... Die Kugel ist relativ dicht, aber die Kugel kann sauber kontern. Und kommt jetzt hier ein Sigger über die Ziellinie. Vorpark, Krim, Zittertreffer, Schaffenberg. Vierter, Sascha, Heinz, das Haus der Klasse 12. Die Startung aus 2.1, Michael Schiebe.